jo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta der story mode und ja wie wir sehen habe ich es geschafft in der letzten folge wollte ich ja diese zwei hübschen karren hier haben musste leider zehn meterweise beide autos immer einsteigen aussteigen einsteigen aussteigen ja und ich habe es geschafft wollte es aber nicht in den let's play rein machen weil es einfach noch krank war ja ich meine kleine spritztur würde ich ja jetzt gerne machen aber dann gehen die wagen irgendwie verloren deswegen werden wir ein spezielles fahrzeug nehmen und zwar diesen hier nicht präsentiert können wir ja immer noch machen irgendwann mal anders so ich würde mal sagen wir machen folgendes komm lass mal fremde fremde und freaks machen freaky 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 es ist der wahnsinn dieser wagen hier das soll anscheinend den skyliner ähm seien ja also er geht ganz schön ab ja was will die fotze hier er zieht sich was ok ok das sind also diese kleinen nebenmissionen er wird den hübschen er ist in der büste er wird den hübschen hat den hübschen es gibt es gar nicht mehr kürz weil er bei der fahrgüben die fahrgüben ob man kommt ist die die jahre die kinder die kinder die kinder fach ok ich hab nur verstanden wir müssen wagen abschleppen ab e und da gehen wir mit meiner geld an das meck ist kui agar schädte du nirgendwo mit der tanisha was So, stell' einen, du blöde Tussi. Du fuhst das Geld. Okay, dass wir erst mal einen Abschleppwagen hier abholen. Der Wagen, der dort zieht wirklich. Der nächste Reihe ist besonders schnell, aber Hochlage und so. Und das war knapp. Nee, 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 süße. Hier wird richtig geparkt. Bin ja nicht her, irgendjemand. Was meint der Jünger? So. Ja, was wollen wir eigentlich jetzt hier machen? Wagen abschleppen, okay. Okay, ich hoffe, es ist leicht. So, warte, ist deine Mama. Okay, 800 Meter ungefähr. Hi, Tanya. Car's a Junker, been there for days. 10-7, oh Gott. A Bucket. This one should be easy. Aber eine Frage habe ich. Shit, and not easy enough for JB to drag his ass out of whatever Crackhouse he layin' in. What the fuck, habe ich einen Chan-Gang-Turall? Yo, gang, Sugar. Except I ain't gain any shit, Sugar. Move that seat back, and you know how I'll make it right for you? That ain't what I'm saying. Falt ja auch da mal, ob du mir halt, du nacken losgelassen hast. Okay. Ja, ja, das ist geil. Asshole, deine Mutter asshole. Kommen wir durch. What the fuck, Alter, Tanya ist ja krank hier. Okay, I've seen JB do this a hundred times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Geh einfach nur nach hinten. Achso, und ich kann auch noch. Okay. Okay, aber. Okay, so machen wir. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Okay. Okay, also wenn er nicht oben ist, scheint er besser hier zu wenden der Rade. Und damit können wir scheiße Bauern. Scheiße, kann man, weil keiner will mehr reinfahren. Alles war Fatsch. Okay, könnt ihr die Aufhieler aufhören zu labern? Ich bin auf dem Sack. Oh, Puh, Puh, Puh. Sorry, Leute. Ich bin auf dem Sack. Ich bin auf dem Sack. Und du wirst du auch gut machen, du bist. Befehl. Okay, nur während der Wagen steht. Okay, wir machen den Weg, wo sie die Bereiche bemerkt haben. Sie werden wirklich fenecken, wenn wir sie nicht in den richtigen Platz bleiben. So. Okay. Alte Mann, hab die Fresse. Neuer Kontakt und wir standen. Achtung, okay, ich breche Platz hier. Machen wir. Missionszeit für 100 Prozent abgeschlossen hatte. Okay, was haben wir jetzt da alles auf der Map? Okay, hier oben ist noch einer. Das ist wo? Franklins Haus ist hier. Da ist noch einer. Ach komm, wir machen nochmal den hier. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich würd' aber zugehend, wie viele Autos in meiner Garage reinpassen. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Aha, wie bist du denn? Du Lörsch. Okay, was soll das jetzt? Hä? Ich hab jetzt nicht wirklich viel verstanden. Aber es scheint, als ob das ein Rennwagen ist. Okay, das besorgt ja ein Auto. Oh. Das hört sich nach Rennen an. Und das bedeutet, wir holen jetzt unsere krasse Karre. So, wo ist meine Garage? Tja, wo ist meine Garage? So, und jetzt sagt mir, wo meine Garage ist. Alter, komm. Was ist das für eine Scheiße? Ah, da ist meine Garage. Okay. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Ach, komm hier. Mach hin. Mach hin. Dann fahren, dann mit ein ordentliches Auto, oder? Also nicht, dass das nicht ordentlich wäre, aber... Okay, da ist meine Garage. Komm, mach hin, Junge. Mach hin. Wir haben ein Rennen zu fahren. What the fuck? Nein, ne? Nicht im Ernst. Alter, will der mich verarschen? Muss ich mit die Schrottkarreer jetzt? Na komm, lass mal machen. Ich mein, mehr als verlieren können wir ja sowieso nicht. Oh, ich hab jetzt keinen Bock, hier noch nach Autos zu suchen. Wow. Wow. Der Motor ist ein Idiot. Mach euch fertig, Junge. Let's see what we got. Mach euch fertig, Junge. Ja, good night. Hinten zu sehen, brauche ich doch nicht, Junge. Feint eigentlich, ganz schön lang, äh, 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 ganz schön, äh, nice zu sein, also nicht wirklich schwer. Komm, Junge, mach keinen Scheiß hier. What the fuck? Nein. Komm, 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 komm. What the fuck? Alter. Okay, knapp. Knappes Rennen könnte das werden. Aber, ich kann's, ich kann's, ich kann's, Leute. Von daher machen wir uns erstmal keine Sorgen. Alter, das war jetzt hier ziemlich krass. Hätte in die Hose gehen können. Oh. Nein, nein. Alter. Wir sind in der letzten Runde, oder? Ja. Wow. Alter, ich glaube, ich bin hier zu schnell für die Jungs, wa? Okay, das bedeutet, äh, dieser Wagen, Leute, ist ganz schön nice, um Rennen zu machen. Oh, 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 oh. Und, 200 Dollar. Rennen geronnen, bestanden. Harte Arbeit, zu kurz genommen. Äh, schnellste Runde. Unfallfreies Rennen. Hab ich auch. Obwohl ich ein kleines Unfall hatte, oder? Ja, und ich kann sagen, dass diese Karre hier einfach mal der Wahnsinn ist. Aber ich weiß jetzt nicht, warum sie nur auf einer Seite lenkt. Ah, okay. Der Wagen ist viel zu verumfahrt, okay. Wir wechseln den mal schnell. Wow. Komm, mach ihn. Wir haben gerade im Rennen gewonnen. Und das ist nice. Hau. Du hast Glück. In Los Santos läuft immer irgendwo in ein Rennen. Wenn du Interesse hast, fahr zu einem. Ja, und wo sind die, du Schlaumeier? Ach so. Okay, das bedeutet, jetzt werden wir diesen Symbol hier haben. Und da ist auch noch ein Rennen. Und den bieten wir jetzt machen gehen. Würde ich mal vorschlagen. Aber nicht mit die Karre, oder? Wow. All right, dog! Komm, ich stehe raus. Junge, komm. Wir holen jetzt den Ferrari raus. So. Aber erst will ich noch mal gucken. Um die Rechte, was geht zum Ausgang. Komm, jetzt noch ein persönliches Fahrzeug. Ach so, ich kann es also immer wieder hier holen. Und Grotty raus holen hier. Fahren wir jetzt das andere Rennen mal kurz. Und wir versuchen, keine Unfälle zu machen. Also, fahr gechillt. Oh, 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 oh. Das ist doch dieser R8 und dieser Felser, ja? Warte, die hole ich mir gleich. Warum ist da ein roter Punkt? Verstehe ich aber jetzt nicht. Ja, Leute. Wenn ihr so eine geile Karre habt, nie irgendwo stehen lassen, denn dann dispornet sie. Ja, jetzt ist sie sowieso tot. Einscheinwerfer ist hin. What the fuck? Jetzt sind auch noch die Seiten hin. Wenn wir jetzt noch einen Unfall machen, fahren wir mal sofort zurück und stellen den Wagen wieder ab. What? Hm. Ja, dieser Wagen hier habe ich ja im Online und ja, der ist einfach nur krank. What? Ach, komm. Steht da so ein Pfeiler, Junge. Aber ein Kater würde ich nicht finden. Okay, kostet es 500 an dieses Rennen teilzunehmen und das machen wir auch natürlich. denn wollen wir sowieso nicht. What the fuck? Was war das jetzt? Ach so, dieser Start, schneller starten, oder? Okay. Nein, komm, Junge. Scheiße. Okay, der andere Wagen war besser, für das Rennen. Der Drift hat so viel. Ja, der andere Wagen war besser, für das Rennen. Der Drift hat so viel. Na, komm, Alter. Du bist nicht verarscht. Natürlich, alle vor mir. Was macht der Junge für den Scheiß, Alter? Janaculador, Alter. Ey. Oh, shit. Geht zurück, hier. Mal hier, oder? What the fuck? Was ist das denn? Hat das das denn für den Scheiß? Junge, was war das? Okay. Okay, 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 okay. Jetzt weiß ich, was ist das? Hat er mir der Neo ja schon erklärt, dass der so eine Fähigkeit hat fürs Rennen? Okay, so geht die an. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt seid ihr fertig, ihr Bobbys. Es ist zwar ein bisschen unfair, würde ich mal sagen, nicht unsportlich, aber ich meine, GTA ist ja auch kein Gran Turismo, sondern halt nur GTA. Jo, und so kommt man viel, viel schneller vom Fleck hier. Und in den Kurven hat man keine Probleme. Und Unfall vermeiden geht nicht in der Luft, okay. What the fuck? Es ist geil, Alter. Es ist geil. What the fuck? Jetzt war jemand hier wieder. Das ist es, wenn man zu viel hier rumspielt. Ja, man wird viel schneller. Wow. Dieser Modus ist einfach nur der Wahnsinn. Jo, dieser Modus ist der Wahnsinn. Ich habe gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß. Alter, jetzt ist diese Schrottkalle, Alter. Die werde ich gleich zerstören. Das darf nicht wahr sein, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Ich fände ja noch da drinnen. Wettt noch. Weil diese Kasse über Port driften muss. Jetzt einfach nur Konzentration. Denn ich glaube, wir sind sogar in der letzten Runde. Ja, also ne, das war ein Sprintrennen oder so. Junge, Junge, Junge war das Rennen knapp, Alter. Okay, also diese Karre ist nicht für Rennen geeignet. Weltrekord war 1,32. Ja, wahrscheinlich so mit Bugatti oder so. Fortfahren. Oh ja, chick. Erstmal hier wieder in die Garage reinfahren. Der sieht schon mitgenommen aus. Wie cool haben wir eigentlich jetzt? Oh, 2300 Dollar. Das geht, Junge. Das geht. Dieser Wagen geht aber im Moment gar nicht. Felser. Nee, lieber ein Graal und Wagenmeer in der Garage. Anstatt 1 zu wenig. What the fuck? Kann man diese Fähigkeit üben jetzt auch? Ja, kann man auch. Hier, also nicht nur in den Rennen, sondern auch hier. Das ist natürlich wunderschön. Komm, Junge. Das schafft wir doch noch. Ja, der Wagen will nicht mehr. Der hat einfach die Schnauze voll. So, jetzt erstmal den Wagen in die Garage wieder reinparken. Wenn wir überhaupt bis Zeug erreichen, kommen wir zu. Hey, look up, fools like me! What the fuck? Das war jetzt eine krasse Fahrt, würde ich mal sagen, Leute. Und hier beende ich auch schon die Aufnahme. Ja, was haben wir hier jetzt gemacht? Rennen? Und, ja, Fremde und Freaks. Ach so, ich muss den Wagen wahrscheinlich reparieren oder so, ne? Naja, ähm, wir nehmen jetzt wieder den hier. Aber ich meine, warum? Ähm, ja, okay. Wir beenden hier jetzt mal die Aufnahme. Der Wagen sieht Schrott aus. Ich hoffe, ich musste nicht reparieren. Und, bis zur nächsten Folge,